Guten Morgen, es ist Samstag. Der Wahnsinn geht weiter. Wir starten heute in Launenburg Richtung Lüneburg. Kurz davor, im Baden-Wieck, werden wir dann übernachten und uns heute Abend in Lüneburg geben. Ich bin mal wieder nicht alleine. Klar, Martin ist wieder mit dabei. Und wir haben auch unseren Kumpel Matze mitgenommen. Der wollte das auch mal erleben, wie das Ganze ist. Ja, also, wie jeden Morgen. Na Matze? Buon Camino. Buon Camino. So, die Landesgrenze von Schleswig-Holstein haben wir erreicht. Sind wir drüber hinweg. Martin und ich können jetzt sagen, wir sind einmal durch Schleswig-Holstein gelaufen. Ungefähr 230 Kilometer von Puttgarden hierher. Ich finde, das ist schon ein richtig tolles Ereignis. Eine tolle Sache. Und weiter geht's natürlich. Liste. You are that part of me. The only missing piece. No waiting patiently. I count the days to see you, honey. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.